Sony Computer Entertainment Playstation 2 Teil Hintergrundbilder schreit Hallo Leute, herzlich willkommen zu... Was? Schon wieder? Junior Deutsch Hast du Hunger? Ich bin grad voll sicher auf dich, also lass mich Du hast mein Hintergrundbild Ihr Hintergrundbild Ist ein Huhn? Wie kann man ein Huhn als Hintergrundbild... Bläh? Du bist ein Huhn Oh, achso, ich hab zwei Finger, deswegen war so laut Kann ich nicht sagen, ich hab gedacht, ne? Buzz Junior Monsters... Oh Monsters Buzz Modigata Das war es mein Hintergrundbilder Der ist zweifel Die Untertitelung. BR 2018 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 Option. Warum ist das gleich? Das ist hier. Ja, ich lege nicht. Du solltest diesmal grün nehmen weil sie wie ohne ist. Wollt ihr dass es losgeht? Nein. So schnell wirins. Wie lange soll das Spiel denn dauern? Das ist der Unterricht, diesen Schnellstart und... Achso, jetzt wollen wir reden. Was? Können wir auch noch mal aufsehen? Oh Gott, ja. Ja, ich mein das. Das war's. Mach mal zwölf. Du drückst eine farbige Taste, wenn ihr mitspielen möchtet. Das kann sich ändern. Mittel wieder jagen. Für dieses Spiel brauchen wir vier Monster. Aber, geht jetzt euren Namen ein. Benutzt die farbigen Tasten, um durch die Buchstaben zu blättern. Und dann die Bass-Taste, um sie auszuwählen. Sobald ihr euren Namen eingegeben habt, wählt fertig. Das ist eine Art erster Intelligenz-Test. Man muss eins sagen. Wir sind auch schneller als ich. Jetzt könnt ihr euer Aussehen festen. Mit den farbigen Tasten könnt ihr verschiedene Klauverteile verändern. Sobald ich eine Birne sagen? So gerne. Ich will auch der sagen. Mit Zeit wieder. Zubehör austauschen. Oh, Zubehör. Ich will ein. Wieso? Wieso? Wie guckt mich? Die guckt mich am Kino an. Wir sind gerade noch im Spiel und dann kriege ich die Tüge und die guckt gerne an, als hätte ich gerade die hatten umgebracht. Oh mein Gott, warte ich! Okay Monster, jetzt könntet ihr mit den Spielen weitermachen! Die hat mich angekommen, als hätte ich die hatten umgebracht. Als die Fresse. Oha, über 3! Oh, Popcorn geil! Pau ziehen! Hier werdet ihr jeweils in Paaren an den Tentakeln eines Monsters ziehen. Drückt die entsprechende farbige Taste um ein Boden. Sobald das Monster seine Farbe ändert, wenn die Zeit um ist, kämpfen die Verlierer um den dritten Platz. Während sich die Gewinner um Krone und Höchstpunktzahl streiten. Also entweder bist du letzter oder ich. Wir hätten das erneut ansehen können. Zerrecht ihr das Monster? Wird es teuer? Wie? Nee, der hat dich geklaut! Wieso nicht? Wir sind nicht gegeneinander! Hä, was? Jetzt was? Macht euch bereit! Ich hab Angst! Lasst uns anfangen! Die Zeit läuft, Monster! Nein! Scheiße! Die Sauknipfe sehen ziemlich schleibig aus! Zehn, Monster! Ah! Scheiße! Scheiße! Diese netten Tierchen trifft man sonst nur unter Wasser. Und wenn sie hungrig stehen, auf die Plätze, Monster! Zehn! Zehn für Orange! Nein! Für Orange! Was? Vielleicht hätten wir ein anderes Tier nehmen sollen! Mit Appetit! Die beiden Finger genommen! Oh Gott! Ich hasse dich! Du gewinnst sowieso! Nein! Mann! Nein! Ich hasse dich! Sicher gegen irgendein Gesetz! Die Sauknipfe sehen ziemlich schleibig aus! Aha! Ich hab dich gedrückt! Du kommst schon bevor die mehr in Farben kommen! Hä? Was war das jetzt? Wir haben beide falsch gemacht! Ah! Hab ich gewonnen? Ja! Ja, weil du mehr als gezogen hast! Oh Gott! Ich bin... Ich bin Zweiter! Mann, da bin ich mit meinem Spinnenbein! Ich bin Zweiter! Oh Gott! Das heißt, ich bin Letzter! Was willst du eigentlich? Und? Wir sind nach der Reihenfolge! Wir sind nach der Reihenfolge! Ich bin mal andersrum irgendwie! Nein! Das ist genau wie die Reihenfolge! Mit 4, 3, 2... Achso! Punkte! Achso, ja! Doch! Ich musste gerade nachdenken, was du gemeint hast! Ja, das Auge da! Ich muss in die andere Richtung! Nein! Heißluft! Ballon! Zeit für eine Fahrt in den Himmel! Bewegt euren Ballon mit Hilfe der blauen und orangefarbenen Taste auf und ab! Und lasst euch mit den Windströmen treiben! Sammelt die Vögel ein, um Punkte zu erhalten! Die Goldenen bringen dabei die meisten Punkte! Und nehmt euch vor Gewittern in Acht! Ich hab verloren! Ich weiß es jetzt schon! Ich hab verloren! Was sagst du je nicht? Nein! Ja! Ich hab gerade eben auch gesagt, ich hab verloren! Und ich hab wirklich... Mit Geld? War doch nicht fertig! War doch nicht schlecht! Er ist da und rund! Fertig! Was? Musst du drücken oder drauf? Lasst uns anfangen, Rotsdam! Nicht drauf nehmen! Oh ne! Oh ne! Oh man geht's hier weiter! Alles klar! Du Piss! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Dein ernst? Du nimmst mir alles weg? Wieso müssen wir nicht alles wegnehmen? Das erlaube ich aber nicht. Vielleicht zerstöre ich dich. Ich habe jetzt den Dreh raus. Das siehst du jetzt gleich. Es wird auch Wolken. Alles für ihn gehen. Geht ihr doch mal aus dem Weg? Meins? Ja wo gefällt mir das noch? Nice. Schade. 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 Warum sind wir da? Ich bin ja noch so gut zu sein. Jetzt reicht es mir. Da steht eine seltene. Ganz okay. Hä? Ich bin doch oben hingewiesen. Okay Monster! Wer kann Blau stoppen? Ich werde nicht mehr. Auf zu heulen, Mann! Das reicht mir aber jetzt. Mann. Du hast zwei Spiele, ich habe zwei Spiele, wo ich abgehe, also. Als ob die Scheißwolke bewegt. Wo bin ich noch? Scheißwolke wegzieht. Nein! Oh mein Gott! Ist das so schlecht? Ist das so schlecht? Scheiß. Scheißwolke wegzieht. Die Welt wirst du wohl nie kennen. Grün ist zwar nicht von vor. Das war in Ordnung. Nein, das gönne ich dir gar nicht. Ich bin ein Kommandvogel. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Sag nochmal, wer? Du nicht. Ach man, dass du einfach so ein schlechter Verlierer bist. Und da. Und da. Da kommst du steh. Du brauchst jetzt nicht deine Stirnhabe rausziehen. Denkst du? Ich hab's ein zweites Mal gewonnen. Ich hab's das zweite Mal. Die Spuren schon länger. Oh, ich hab acht. Du warst immer zweiter. Du warst immer zweiter, du musst positiv denken. Natürlich denk ich positiv. Ich versteh auch nicht, warum solltest du das nehmen. Werfen. Werfen bin ich gut. Drückt eure Bass-Taste um zu ziehen. Drückt noch einmal um die Kraft einzustellen und die Schildkröte zu werfen. Je näher ihr der Mitte kommt, desto höher die Punkte. Na, ich hab verlaufen. Ich bin sie auch. Was, es gibt drei Schildkröten? Oh, jetzt wird's spannend. Müsst du noch Bass? Mhm. Fertig. 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 Ich hab's gut. Was? 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 Wie Zeit? Wie Zeit? Ach so, es gibt's Zeit. Ja. 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 Ich hab's gut gemacht. Konzentriert euch. Ich bin aber voll schnell. Lasst uns anfangen. Als ob die mich immer so weit rausschlagen. Gelb hat gewonnen. Gelb hat gewonnen. Gleichstand. Wir beide. Mit Kling. Boah, das Gelb hat nur abgestoppt. Fertig. Dann waren wir gar nicht so schlecht. Dann fangen wir an. Oh, schon wieder. Die haben mich ganz rausgeschickt. Die haben beide einen tauchen. Ah. Wenn wir so weit sind. Robot Hund, das ist nichts für mich. Da ist mich ganz rausgeschlafen. Oh ja. Der kommt immer in die Mitte. Warum? Seid ihr fertig? Halt am Computer. Lasst uns anfangen Monster. Oh ja. 1.000. Ich hab verloren. Ne. Hat nämlich auch 1.000. 2.000. Finalrunde. Auf die Plätze. Dann stürzt euch ins Vergnügen. Ich hab die ganze Zeit voll weggeschlagen. Und Grün hat mich wieder zurückgeschlagen. Und mich dann weggeschlagen. Grün hat sich selber rausgeschlagen. Ich hab mich aber noch voll schlecht. Ach, seine alten Dinger geben auch nochmal Punkte. wenn ich noch mal auf dem Feld sind. Fick dich. Ganz im Ernst, was ist das? Ich bin aufs zweiten Platz gekommen. Wir haben beide am Fresse gepauscht. Halt die Fresse! Das muss man nicht sagen. Aber Grün ist das Erste. Oder er ist der. Ein Gelb-Grün ist Letzter. Ich habe gesagt. Du hast Grün gesagt. Ein Gelb ist das Gleiche. Das sind beide unsere Gegner. Sieht aus wie eine Melone. Wie eine Firmen. Wie eine gelbe Melone. Ich hab nur eine. Ich bin mit der Fresse Platz. Wie sieht denn die Ergebnis-Kabelle jetzt aus? Zehn. Neun. Ich kann nur eins entfernen. Verlichte mich. Ich muss jetzt richtig aufwollen. Du kannst nur noch mich aufwollen. Was willst du sagen? Deshalb muss ich richtig aufwollen. Du musst Dritter sein oder sogar nicht? Ist es schon zu Ende? Nein, glaube nicht. Offen will ich nicht. Ich schau mal nicht. Ich kann mal kurz spielen. Oh! Wenn du jetzt Zucker wirst oder so, kann ich dich aufwollen. Warum willst du das? Weil ich hasse es Zeit für das jetzt. Ja, noch zwei Spiele. Mit der großfarbenen Taste steuert ihr die Fässer. Ihr habt drei Beschleuniger zur Verfügung, die ihr mit der Bass-Taste auslösen könnt. Reicht den Hindernissen so gut es geht aus. Sonst wird das Fass beschädigt. Ich werde es jetzt kurz zu spielen. Wird das zu oft passieren, werdet ihr ohne Fass weiterschwimmen müssen. Wie machen wir das? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es verstanden. Ich werde es jetzt auch erfahren. Ich werde es jetzt auch erfahren. Du redest einen Arschloch. Ihr macht den Verlangen. Ich habe kurz im Dimmer zu spüren. Bäh, wir stimmen, stimmen jetzt gerade nicht. Ich wollte ich nicht. Erste Runde. Konzentriert euch. Los, los, los. Oh, da muss man da springen. Nee, oder? Passt auf und weg. Oh, ich wollte dich reinschlagen, Mann. Ich hab keinen Weg zu haben. Nee, oder? Ich habe keinen Weg zu haben. Nee, oder? Ich bin das gleich wieder. Runde 2. Fertig. Ohhhh. 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 Los, voller, los. Los. Räta. Die Räta. Die Räta. Die Räta. Die Räta. Wir können hier aufpassen. Die Räta. was willst du von mir? was willst du? finalrunde macht euch bereit lasst uns anfangen wie soll irgendwann die alle kaputt gehen? wegen dir, du Arsch wegen mir? weil du hast mich weggeschöpft ich bin erster? du hast mich weggeschöpft ja nein ich bin Letzte ich bin Letzte wie man dich einfach kaputt machen kann in dem du Letzter wirst dein Herz ist krass was steht da? deine Mutter steht da nein, die steht eigentlich woanders guck mal, hier steht 4 und hier steht 1 2 schade ja, wieso? hab ich mich denn jetzt? oder was? ich bin später wieder hingefallen blau liegt an der Spitze 3 ich muss dich, dieses mal jetzt muss ich dich abdenken kannst du mich überhaupt mach ich geht doch gar nicht mehr du musst Letzter werden ja und? dann krieg ich 2 nein, krieg ich 1 ich bekomme 4 dann habe ich 15 und du hast wie viel? 11 ich muss Letzter werde mal Letzter Lust auf Tennis? mit Hilfe eurer farbigen Tasten trefft ihr die Bilder an der Wand trefft ihr einen Pokal seid die Punkte trefft ihr ein Monster bekommt das Monster einen Klaps trefft aber bloß keinen Schädel sonst gibt es Ärger hast du gehört? ich kann mich gezielt fertig machen mach mich fertig, mach dich doppelt so fertig du wirst mich sowieso fertig machen hier geht es um gutes Timing und darum den Ball zu guckst du dahinten Letzte bring die mal weg ok erste Runde sind wir alle soweit? dann fangen wir an das war gut das war gut ein schlechter Versuch grün hey grün du musst noch mehr üben nicht schlecht grün wenn auch nichts besagt glaub er hält das ist so spannend seid ihr fertig? na? festnuten für blau ich habe Bock Totenkupsorungen wie? man hat mich erwischt Hä? Ich bin komplett draußen oder was? Hä? Bei mir war noch nie irgendwie... Wieso wurde ich jetzt erwischt? Hä? Ich hab keine... Hat er jetzt einer? Nur mich oder was? Ich hab jetzt noch gar kein Monster bekommen. Ach so, ich hab jetzt auch kein Monster bekommen. Ich fühle mit dir Ruhig. Blau, wunder Versuch. Großartige Punktzahlung. Lau, sammeln, Punkte. Autsch, was tut mir leid denn? Deine Schmerzgrenze ist recht niedrig. Dir gebührt Silber, Renn. Ich hab nicht eingehalten, das war das aber egal. Ich hab nicht eingehalten, das war das aber egal. Ja! Ich hab das auch nicht. So viel zu deinem Fertigmachen. Ja! Pfff! So viel zu deinem Fertigmachen. War das letzte Spiel, ne? Mhm. Und er ist wohl erster. Ich weiß nicht. Ich glaub schon. Komm, jetzt gucken wir mal an. Jetzt stehe ich nicht ganz oben. Ich wette, ich stehe wieder nicht ganz oben. Mal sehen, wie die Testergebnisse ausgefallen sind. Und unser Schlusslicht grün. Auf dem dritten Platz, gelb. Auf Platz zwei, orange. Nur Platz zwei, würd ich mal sagen. Und zu unter letzt auf Platz eins, blau. Mal sehen, ob einer von euch zu den Besten im kurzen Spiel gehört. Ja, wie ich sehe, hat's nicht bei allen gereicht. Ich bin erster und mein Gott, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, ich bin erster. Ich brauch's für ein Wunder. Der war wieder kompletten Rang. Jetzt. Evin Davis. Maria Dixon. Shane Mitchell. Chris Lee. Steve Crocker. J.J. Harris. Rob Hale. Jollin Martinez. Kürbissmus. Kürbissmus. David Harper. Andy Burns. Adam Mitchell. Rob Walker. Dave Parkinson. Claire F. Spencer. Ist das Kevin? Wer wollte eigentlich eine Doku über Monster drehen? Hat nur so getan, als wäre er eins. Leider haben es die anderen rausgefunden. Jetzt macht er eine Doku über deren Mageninhalt. Was ist Kevin? Kevin gibt's nicht. Ne, der da auch nicht. Kevin gibt's nicht mehr. Der wird doch gefeiert. du hast recht dann kevin gibt es nicht mehr der existiert nicht mehr gar nicht mehr ist tot warum wird er denn hier wie heißt der sprecher nicht geleistet haben ich habe sein in meinem eis der sprich ja du scheiß ich kommst du mal Tester. Wieso sind Tester dort? Ich kann auch Spiele testen, dann bin ich gleich in den Mitwirkenden. Er hat ganz in Ruhe eine Tasse Tee getrunken, als er in einen Umwandtaschen... Was redet der? Da gab es sogar einen Sichtaufseher jetzt mal im Ernst. Handbuchtext. Was soll der Text, Alter? Historie oder was am Anfang? Sprecher Michael Deckner. Danke, Michael Deckner, dass du uns hier durch dieses Spiel geleitet hast. Nee. Du hast es verloren, Alter. Muss. Also jetzt, du weißt, wieder... ... 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